Einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zu Sound Mind. So, wir haben in der letzten Folge das Ding hier abgeschossen. Das muss ich probieren, irgendwie. Hopp! Hopp! Gut. Für den sind manchmal nur schwer zu schlucken, du nicht? Achso, das hat mich jetzt aber nicht besonders weit gebracht, oder? Na gut. Hopp! Hier in das Wasser, das Wasser ist giftig. Oh mein Gott! Macht doch sowas nicht, Desmond! Oh! Jung? Ganz einfach! Auflauf! Ich hab das gesehen! Na ja! Wir beginnen. Oh! 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 Komm ich denn da ran? Also ich hab mal zwischendurch so in meinem Kopf ein bisschen rumgesponnen und hab mir doch wirklich mal so Gedanken zu dem Spiel gemacht. Zieh dich doch einfach vor, Grosch. ? Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wo geht's denn hier hin? Okay, es ist nirgendwo hin. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das mal hier rein oder was? Ne, so viele Leuchttrack hier... Bin ich damit? Das geht nicht! Um... Untertitelung des ZDF, 2020 Das war schon richtig, was ich gemacht habe. Das war schon richtig. Das war's für heute. Ich muss mich entschuldigen. Es ist blockiert von der anderen Seite. Oh! Ja? Oh, ich komme nie raus, ich komme nie raus, ich komme nie raus, ich komme nie raus! IWI! Ich komme nie raus, ich komme nie raus! Oh, ich komme nie raus, ich komme nie raus! Ich kann's nie wissen, wie ich in dem Weg rausge. Ich kann's nie austauschen. Ich kann's nie mit dem Wegksen, ich weiß, wie ich es kann. Warum nicht so Friends? Ja? Was ist das hier raus? Ich hoffe, ich habe etwas probiert. Irgendwie hier rauskommt. Oh Gott. Hier kommt Licht. Was ist hier geschehen? Was ist hier? Was ist hier geschehen? Was ist hier? Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich sehe gar nichts. Ich weiß, es tut mir auch wahnsinnig leid. Oh, jetzt wird er noch nachladen. Wie lange soll denn das gehen? Okay. Okay. Ich bin jetzt von mir. Ich weiß, wie viele conjuren. Ich weiß, dass es wirklich covert. Ich weiß, wie viele Geschlecht wurden. Ich weiß, wie viele Menschen mit dem Neuenassen. Ich weiß nicht, dass ich aus dem Neuensteil bin. Ich bin einer, die Leute aus dem Neuensteil bin. Ich habe noch mehr von dem Teufel. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Oh, ich bin der Pfot. Ich bin der Pfot. Warum? Weil ich sonst ja nicht weiterkomme. Oh, jetzt ist das aber wieder weg. Ich bin der Pfot. Ich bin der Pfot. Ich bin der Pfot. Na gut, ich glaube, jetzt ist das Problem. Ich bin der Pfot. Ich bin der Pfot. Ich bin der Pfot. Ich habe es geschafft. Gut. Es hat lange gedauert, aber ich habe es geschafft. Ich bin der Pfot. Ich bin der Pfot. Ich bin der Pfot. Ich weiß nicht, was ich sage. Können du eine im Generator klauen, wenn diese nicht im Einsatz ist? Diese miesen Kerle müssen uns einfach mehr Errüstung kaufen. Alles klar, wir machen mal kurz hier zu. und ich verabschiede mich für heute von euch. Es war wieder sehr aufregend. Aber wir haben es geschafft, schlussendlich. Und das ist das Einzige, was zählt. Jetzt hörst du da hier draußen rum. Hier drin ist immer safe, hier kommt er nicht rein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, raffischen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge von Insound. Ciao!